Eine uralte Fede zwischen zwei Familien hat das Land gespalten. Königin Mephis den Kells eingetroffen. Ich dachte schon, der Alte will hier Wurzeln schlagen. Nicht zu laut. Angus, hast du Bohnen gegessen? Nachdem zwischen unseren beiden Königreichen zehn Jahre lang Krieg geherrscht hat, können wir endlich auf den Frieden anstoßen. Geplant war ein Überraschungsangriff auf Kells. Wie ich schon sagte, ich will endlich kriegen, was ich verdiene. Deine Vorfahren haben uns Kells gestohlen. Ein Monster! Es hat uns alle angegriffen. Sein Mut stand nie außer Zweifel. Die Zeit ist gekommen, wo ich Kells regieren werde. Vor langer Zeit sagten die kleinen Leute von Tir Nanook voraus, dass der Ritter Drakanta kommt. Deshalb habe ich es bis jetzt geheim gehalten. Und ihr habt sie versteckt? Wieso habt ihr nie davon erzählt? Ihr sagtet mal, ich solle euer Lehrling sein, bis mein Schicksal deutlich werden würde. Sie haben mich beim Klauen erwischt. Dabei habe ich mir nur ein Brot gefischt. Der Hunger war ätzend. Was konnte ich dafür? Ich schwöre dir, der Traum war ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass du gestern Abend zu viele Stachelbeeren gegessen hast. Ich habe nur Spaß gemacht. Das Wahrzeichen meines Königreiches wurde gestohlen. Einverstanden. Ich habe euch zu euren Steinen gebracht. Sich mit den königlichen Wachen zu prügeln, war einfacher. Mein Vater hatte Recht, an dir zu zweifeln.